Herzlich willkommen zu einem Shop Video. In den letzten Tagen hatten wir tatsächlich relativ wenig neue Abonnenten dazu bekommen bzw. da haben relativ viele Abonnenten deabonniert und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau warum, deshalb würde mich mal interessieren, was war vielleicht an den letzten Videos etwas schlechter als an den anderen und was kann ich generell noch verbessern. Schreibt da am besten wirklich alles was euch auffällt, egal wie sehr es euch stört in die Kommentare und schreibt dann auch noch auf einer Skala von 1 bis 10 wie doll die ganzen Sachen euch stören. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren und es würde mir extrem weiterhelfen und die ganzen Astronomical Events sind jetzt auch vorbei, das heißt wir können jetzt durchgehend wieder Creative Mode und so spielen. Denn gestern war es ja so, dass gefühlt alle 3 Stunden das alles wieder gesperrt wurde, weil Creative Mode ehemal schon 4 Stunden vorher und dann auch immer noch 1 Stunde später nicht verfügbar war und gestern ehemal mit 3 Konzerten war das dann eine sehr sehr lange Zeit alles gesperrt. Deshalb war das gestern so ein bisschen nervig, ist jetzt aber alles vorbei, das heißt wir können jetzt wieder durchgehend spielen, ist auf jeden Fall sehr sehr nice. Wenn euch das hier natürlich auf dem Kanal gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr. Ja und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange drum herum und schauen uns direkt den Item Shop an und heute haben wir natürlich immer noch die ganzen Astronomical Sachen und ganz links haben wir dann den Finzerbomber Skin, war glaube ich auch schon relativ lang nicht hier im Shop. Dazu gibt es dann die Donoross Spitzhacker, die ist auch reaktiv. Ich glaube entweder, ja ich glaube wenn man mehr Schaden macht, leuchtet die, leuchtet das Horn ein bisschen mehr und die Augen und hier kommt glaube ich ein bisschen mehr von diesem Nebel raus. Weiß ich allerdings nicht ganz genau, kann auch eine andere reaktive Funktion sein. Dann haben wir als nächstes dazu noch den Glüh für der Dunkelheit Gleiter. Ist tatsächlich nur ein grüner Gleiter, sieht sehr episch aus, aber ist immer nur die dunkle Reihe als Seltenheit. Dann haben wir als nächstes auf jeden Fall den Flower Skin mit dem Krötenschild Backpack. Einmal in der Standard Variante, Grün Variante und Regenbogen Variante. Dazu gibt es dann die Scampi Spitzhacken, dann aber als nächstes den Blutrote Elite Skin, sowie den Scharlach Kommandantin Skin. Ist glaube ich tatsächlich wieder ein relativ beliebter Skin, also sieht man tatsächlich wieder relativ häufig, ähnlich wie Aura und Dynamo sind ja auch so gefühlt die absoluten Classic Skins. Dann aber als nächstes den Vulture Skin, dann den Tango Skin, den konnte man ja auch kostenlos im PS4 Cup bekommen, war allerdings tatsächlich im Vergleich zum Complex Skin, den man ja auf diesem einen Australian Cup bekommen hat. War der tatsächlich schon sehr, sehr häufig im Shop und ist jetzt auch nicht so wirklich besonderes. Dann haben wir als nächstes den Zahnseidenwirbler, dann das Fluttervieh, den Papierdragenemote, als Fortführungsemote logischerweise natürlich und dann noch als letztes am Wasser gebaut. Dann haben wir natürlich noch die ganzen Travis Scott Items, hier kann man entweder alles einzeln kaufen oder man kann natürlich die ganzen Sets hier kaufen, da war einmal das ist schon ein Nomeke Paket mit dem Travis Scott Skin in der Standard und in der T-3500 Variante. Dann haben wir den Astro Jack Skin in der M-Sico Mode und in der Standard Variante, dazu dann noch das Astro World Backpack in der Standard Variante, in der blauen Variante und in der feuriges Orange Variante. Und dann haben wir noch als zweites das Astronomical Ausrüstungspaket, hier einmal mit der Diamond Jack Spitzhacke, der Goosebumps Lackierung und dem Headbanger Emote. Gut, das war dann auf jeden Fall, war dann auf jeden Fall soweit der Shop, ich glaube die werden auch morgen aus dem Shop rausgehen, glaube ich. Ich glaube die sollten bis zum 26. drin sein und heute ist ja der 26, der weiß ich allerdings nicht ganz genau. Auf jeden Fall denke ich mal heute oder morgen sollte das wieder rausgehen und ich hoffe euch hat das Video natürlich gefallen und ich hoffe wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, bis dahin, ciao.